Lass mich auf! Lass mich auf! Ein Jedi. Dafür bin ich ausgebildet. Meine Hand wird nicht zögern. Oha! Oha! Wie eine Schnecke! Leide, Jedi! Wieso kann ich das nicht blocken? So. So. Fahren wir jetzt auch mal härtere Geschütze auf. Du gehörst mir, Verräter! Dann hast du gehofft, du kannst mich treffen. Geht weiter! Ich stoße bald wieder zu euch. Anscheinend bist du blockiert. Ich kümmere mich drum. So einen Truppler habe ich noch nie gesehen. Du musst die Wookies da rausholen. Los, Bewegung Jedi! Lüftung off! Los! Also dieser starke Heep, der ist... wirklich stark. Zweimal und der Typ war tot. Gut, wir spielen noch auf dem leichteren Schwierigkeitsgrad. Aber dennoch. Den muss ich mir auf jeden Fall merken. Eng, was, baby? Klappenkäfer, Sie kommen durch die Wände! Auf Ihr Nest! Ist das Ding tot? Ich würde auch alleine mit ihm fertig. Oh nein! Oh nein! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Nein! Ich schaue hier hin! Was haben wir hier schönes? Ich muss hier öffnen. Ist hier wieder eine Abkürzung vielleicht? Das ging schnell. Nee, bei einer Kiste. Vermutlich ein Poncho. Was haben wir gefunden? Nee, neues Lichtschwertmaterial. Er hat matt. Aber hier ist ein Poncho drinnen. Nein. Nee, BD1 ist. Okay. Hm. Ja. Hm. 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 Willst du dich wirklich in das Ding einklinken? Hm. Okay. Eine Abkürzung? Deshalb wolltest du's verschieben. Davon wusstest du gar nichts richtig. Du wolltest nur den Cutter einschalten. Ja. Ich kann nicht mehr Arschlacken anziehen. Wir können nicht mehr mit dem Cutter einschalten. Ja. Ich bin für dich. Was reicht das? Das ist er. Nein. Was ist denn? Damit ist das Ende der Cutter einschalten. Wir müssen wir auch bei uns gehen. Was geht denn? Nein, 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 nein. Alter, was geht denn hier ab, Alter? Alter, was war nicht hier gerade los? Vielleicht kann Chris damit was kochen. Hilft mir, BD. Komm wieder her. Was war da drin? Doni, oh was, okay. Was auch immer das ist. So, was haben wir denn hier schönes? Da oben geht es auch weiter, aber wie sollen wir denn da hoch kommen? Oh ja, hier hinten natürlich. Was haben wir hier oben schönes? Wir haben eine Kiste, die werde ich auch bekommen, okay. Oh ja. Oh ja. Patrouille an Basis. Hier unten ist schon wieder was. So eine Art Netz. Hey, wer da? Oh, es war also was drin. Oha. Oh scheiße, das ist ja sogar ein Bossgegner wie ich das sehe. Oh ja, Albino. Oh, aber der scheint... Oh, aber der scheint irgendwie... Komm her, BD1. Fakt zu sein. Mal den scannen. Ja. Danke BD1. So. Was hast du hier schönes? Droiden. Die Schlacht von Kashiga. Oh. Oh. Achso, das Feuer ist ja sogar hier. Von dort aus gesehen. Okay. ich sehe nach Hartzfässer, ja. Fässern können wir schon aber nicht. Aufpassen! Dann haben wir jetzt wohl einen Fernkampf, oder? Köpfe runter! Aber eigentlich hätte nie... Hm. So, genau. Und dann... Genau in der falschen Stelle. Nein! Ich bin dabei und gegen mein Bestes. Einen Fähigkeitenpunkt habe ich schon mal. Sehr schön. So... Ja, dann nehmen wir doch mal. Kel lenkt Blasterbolzen automatisch ab, während er sprintet oder seine Wandlauffähigkeit nutzt. Das ist vermutlich bestimmt auch hilfreich. So... Der Jedi kann jede Minute hier sein. Und unsere Verstärkung... Wer ist das? So, folgt ihn euch! Dieses Tempo! Ha! Drückt endlich vor! Haltet ihn im Auge! Macht ihn fertig! Legt ihn zur Strecke! Wir müssen ihn aufhören! Sein Schicksal ist besiegelt! Wir müssen ihn aus. Aufspiezen! Ich lasse nicht zu, dass du gewinnst, Verräter! Okay, switchen wir mal doch wieder aufs Doppellichtschwert. Das Ding hier braucht Strom. Ja. Kriegen wir den hier. Okay. Okay. Hmm. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Hey. Wir wollen euch befreien. Wir sind nicht allein. Oh, 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 oh. 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 Das gefällt mir nicht. Das werden sie bereuen. Das werden sie bereuen. Oh. 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 Oh, der war ein bisschen scary. Oh. 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 Wer will ein paar Ems bekämpfen? Dann helfen wir den Bukis mal zurück in den Kampf. Gute Arbeit, Jedi. Ja, danke. Habe ich doch gerne gemacht. Thor wartet da vorne. Wo ist jetzt da vorne? Oh, da unten war was zum Einsammeln. Naja, geht nicht. Es ist nicht weit. Äh, ne, ich laufe nicht weg. Warum sollte ich auch? Ich mach dich fertig! Ich brauche hier etwas Hilfe. Hä? Ich brauche nicht weg. Ich brauche es nicht weg. Hase. Das kann irgendwie so nicht richtig sein, also ich muss wohl hier rüber, so viel steht ja schon mal fest, ok, aber irgendwie, genau, ach so, ja hinter uns war die Tür offen, ja das hatte ich jetzt eben nicht gesehen, ich dachte ich muss da auf diese Plattform wieder drauf und damit das weiter geht, aber gut, so besser, so was haben wir hier, neues Lichtschwertdesign erhalten Oh, es war also was drin Neue Lichtschwerthülse erhalten, Leidenschaft und Stärke 2 Sie öffnet sich nicht Ach, komm schon ernsthaft? Na toll, jetzt darf ich mir überlegen, wie ich da rüber komme So Voll Vermutlich